Servus. So, hier bin ich wieder heute Sonntagabend. Was war gestern los? Ich habe den ganzen Tag geschlafen. Ich habe, glaube ich, 16 oder 17 Stunden geschlafen. Am Abend bin ich dann aufgestanden, bin mit den anderen ein bisschen ausgegangen. War am Strand, waren so ein bisschen an irgendwelchen Bars oder was das waren. Danach war ich wieder daheim, habe wieder geschlafen. Heute war ja kein Training. Ich habe nur ein bisschen was gemacht in der Früh. Jetzt bin ich hier wieder ein paar Tonnen, jetzt esse ich gerade. Das zeige ich mal mein Essen. Hier sind Nudeln, Glasnudeln mit Schrimps. Und hier habe ich einfach Ei mit Omelette. Jetzt habe ich mein Wasser und ein Bananen-Schick. Ja. Gestern habe ich nicht so oft genommen, wollte ich nicht. Mein freier Tag. Gab auch nicht wirklich viel zu berichten. Ich fühle mich gut, jetzt geht es ja bald schon nach Malaysia. Morgen fliege ich ja nach Bangkok. Dann gucken wir mal, wie das da abläuft. Den Gegner kenne ich auch schon. Ich freue mich schon drauf. Es wird bestimmt ein super Kampf. Schaut einfach wieder rein. Das wird euch sicher gefallen. Bis dann. Ciao.